Und beim nächsten Mal bei Axe on the Beach. Gegen meine Frau sagst du dreckig, der vegetarisch hat Fraß. Das ist respektlos. Denkst du, ich bin taub oder was? Für mich ist es auch ein bisschen Provokation. Es spielt hier ein Spiel drin. Da war ja wirklich viel Volumen drin. Oh, so eklig. Wer legt mich am Arsch? Ich bin taub oder was?